das ist mit der Action. Oh, ich hab ein bisschen früh angefangen, überhaupt. Egal. Nee, was ist denn noch mal? Herzlich Willkommen zu Dech. Das ist ein Highlight. Nee, lass mal. Nimm erst mal alles mit, was du kriegst. Schön, dass ich meine Munition verschossen hab. Geil. Finde ich richtig. Geil. Mann, halt die Fresse. Was gibt jetzt hier Schlägerei? Tu mal Regelsitz, wa? Boah. Eklär. Könnte niemand bitte sterben. Danke. Uäh. Iiii. Warum macht der schon so ne Faxen? Komm ich hinter dir. Da hinten kommt noch keiner. Oh, er ist wieder weggeflogen. Warte mal. So. Boah, Alter. Ja. Ganz schön wenig Munition. Also, ganz schön verbraucht. Ich hab nur noch vier kleine Stacks, aber dafür hab ich Medi-Kids ohne Ende. Oh, hm. Toll. Medi-Kids. Aber was bringe Medi-Kids, wenn ich keine Munition hab, um diese auch dann nicht nutzen zu müssen? Ja. Hier ist Munition bei mir. Na toll, Medi-Kid. Hier ist Munition für mich. Ja. Da seh ich mal ein bisschen. So, weiter geht's los. Los geht's. Bleib mir ganz ruhig. Nein. Ich nehm erst den Plasma-Cutter, der ist hier nützlich. Ja. Ich freu mich schon auf die Tuning-Station. Warte mal, hier liegt jemand rum, der will mir doch bestimmt nicht sagen, dass der da aus Versehen rumliegt. Hilfe! Ich trete ihn mal ins Gesicht. Das ist immer ne gute Sache. Da kann ja noch was rauskommen, zusätzlich. Wärts schön, wenn wir noch ein bisschen mehr Muni hätten. Ja, aber das machen sie ja gleich, äh, instant, also ziemlich sofort. Ja, aber manchmal kommt auch noch was zweites raus. Da, der steht unten. So, blödartig sein. Hättest du jetzt mal nicht unbedingt? Okay. Na gut, das hätte ich auch so gut gemacht. Lief doch ganz gut. Beim letzten Mal, äh, haben wir uns viel cleverer. Ich mein, Inventars voll, äh, mein. Ich bin voll mit Mikkels. Na, dann nimm eins. Ich habe. Ich bin voll übrigens. Ja, dann... Oh, sorry. Oh, sorry. Ich bin voll mit Mikkels. Ich bin voll mit Mikkels. Mensch, 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 Mensch. Äh, C war's, war ja. Jetzt kann ich schon mal ein Stase-Pack nehmen. War einfach, weil ich's kann. Ja, ich hab... Ach, wozu? Ich weiß nicht, ich nehm's nicht. Ist jetzt in los. Hölfte meines Inventars besteht aus, ähm, Medi-Cats. Ich hab zwei, vier, sechs, acht. Cool. Naja, okay. Bist ja eigentlich auch noch genauso eklig dran wie ich. Ja, aber... Ich hätte lieber mehr Munition. Ja, das hätte ich auch lieber. Ich hab nämlich nur einen Munitions-Ministake. Ne, ich hab einen Sechser. Ich bin vom Marker infiziert, aah! Scheiße. Ich komm mit der Yodora rein. Finden Sie einen Weg aus der Stadt raus. Was ist mit den Zügen an der Washington Station? Wir können mit deinem rausfahren. Ich hatte Platz für nur. Ja. Sieg auch grad. Oh, siehst ziemlich beschissen in deiner Ausrüstung aus. Ach komm, laber nicht. Ich bin nur einversichtig. Ja, ja, wissig. So wie immer. Ich versteck mich hier hinter, weil es ist kein... Neu, hier war sogar noch ein Artefakt. No, noch ein Inventar. Inventar? Ja, das wäre jetzt gut. Ja, ich hab mich auch grad ein bisschen gewundert, was ich sagen wollte. Hier ist Munition. Ach so, hier geht's ja lang, ja. Ich brauch Munition. Aber dass die hier Bänke einbauen, aber die man nicht benutzen kann, das so irgendwie... Naja, das ist das zweite Mal durchspielen, glaube ich. Ja, toll. Ich hab mich auch schon gewundert. Könnten sie gleich von Anfang an drin lassen, das wäre viel cooler. Ja. Ja, man findet zwar nichts, aber man kann da einfach so rangehen, damit man es halt verblendet. Hier ist noch ein Medikid. Meine Güte ey. Später hat man nichts mehr davon, aber jetzt werde ich damit... Ich hab keinen Platz mehr für Munition. Hier wird ein Medikid fallen lassen. Ich nehm's ja gerne auf. Ich hab jetzt nämlich Munition gefunden. Hab 18, wow. Ich habe... 20 plus 4. Krass. Scheiß Übertreiber. Boah, da ist noch was. Geh zurück. Da ist was. Hab ich schon. Da ist nämlich nur ein Medikid. Ja, aber ein großes... Also ein mittleres. Ja. Wir gehen weg. Ist doch kein öffentlicher Ort, oder? Sieht hier zumindest nicht danach. Da. Da sind ein paar öffentliche... Paar Priester. Paar Schweinepriester. Aber... Könntest du nicht sagen. Boah, wir sehen jetzt was im Star sind. Ja, bisschen komisch. Boah, der liegt ja noch. Wow, hinter mir ist ja einer. Wow. Oh shit. Oh fuck, wie viele stehen denn da? Oh. Wie viele zu schicken. Das hat sich das... Oh. Haben wir uns ja richtig gut eingestellt gerade, oder? Ja, ohne zu sterben. Ja, der... Also... Beim letzten Mal kann Dick das anders. Oh... Das ist so jung. Da habe ich auch vorhin gemacht. Ich bin so gewöhnt aus Dead Space Fight glaube ich war. Da war es genau so. Da konnte man mit Escapes sein Menü schließen. Aber hier? Wow! Haha, du hast deinem getroffen. So, haben wir die Mähm. Ne, jetzt kann ich auch meine Medi-Cats mal verwenden. Ähm, ich kann hier grad nicht vorbei, danke. Entschuldigung? Steht da unten nicht sogar ein Monster? Ja. War super sinnvoll. Ah, toll. Na ja. An alle 5 Sekunden, äh, an allen Ecken verliert man hier Leben. Ah, wo kommst du schon wieder her? Ich hab hier viel vergessen. Ja. Ich hab mich direkt drauf für dich geopfert. Danke. Ach so. Na ja, scheiß drauf. Was, ey? Rat einfach, was ich vergesste hab. Aufnahme sind drücken. Nein. Das wär's ja wirklich. Ne, die Uhr. Ich hab die jetzt einfach angemacht. Was? Was? Stoppen wir bei 15, ist ja auch Wurst. Moment. Los. Stoppen wir nach freischem Auto. Genau. Das ist ein Zugdepot. Du machst das mit nem Zug und ich sammel hier ein bisschen ein. Ja, ich muss auch noch einsammeln. Mann, wir haben keine Zeit für diesen Scheiß. Ja. Ja. Zuganordnung unvollständig. Bitte vor Abfahrt, Zugmaschine und Treibstoffwagon ankoppeln. Na klar, machen wir. Ich bin schon dabei. Ich hab ja schon einen aufgesammelt. Äh, guck mal. Äh, du drehst dich, äh. Bist voll so'n abgedrehter, äh. Wie du voll die Ahnung hast. Das kenn ich irgendwoher. So. Oh. Oh. Nun ist ja kurz gequetscht worden. Ha, 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 ha. Na klar, kein Problem. Ja, aber... Vielen Dank für die Info. Wo ist die Info? Da, wo der Zug vorne ist. Oh shit, ich glaube, hier kommen gleich die Feinde rein. No, deswegen schnell rein, Tür zu und los geht's. Cover. Können Sie mir was über Alice verschwinden sagen? Jetzt sofort. Wo wurde sie zuletzt gesehen? Wie stehen die Chancen, dass sie noch lebt? Wir waren auf der Keyhole Station. Sie flog zu geheimen Koordinaten, die sie gefunden hatte. Dann brach der Kontakt ab. Sie hat Echtbogen. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch am Leben und mächtig sauer ist, dass wir sie noch nicht gefunden haben. Können wir jetzt hier durch? Nein. Na klar. Kannst zwar aufmachen. Aber nicht rausgehen. Ein bisschen genau so schlau wie ich. Angriff! Los geht's! Wir sind mehr als nur Kavalerie. BAM! Hatshot! Perfekt abgesprochen. Der dritte Nuss. Der dritte Nuss. BAM! So, ich hab' den Schiff kaputt gemacht, unser. Ich geh' schon mal runter. Oh, ich hab' den Schiff kaputt gemacht. Oh, ich hab' den Schiff kaputt gemacht, unser. Ich geh' schon mal runter. Jaaa. Irgendwann muss ich ja machen. Jetzt oder nie, Isaac! Kommen Sie! So, lauf! Ich muss ja vor dir da sein, sonst kann ich dir nicht hochhelfen. Ach so! Vergesst nicht E drücken! Fuck, es ist noch schwierig! Ich hab' den Schiff kaputt gemacht. Ach so, das ist jetzt wieder nicht. Bring' Sie uns hier raus! Hyperspeed! Ich würd meinen, wir haben's geschafft! Nein! Das war Dead Space! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Damit ist das Let's Play vorbei! Zwei Folgen! Reicht! Wir wollten nur die Einleitung spielen! Das war ein kleiner Einblick. Ich hoffe, es reicht! Das war ein kleiner Einblick. Werbung dann müssen wir wohl mein Kind war Rache ist unser sie können können das nicht die Flüchtlinge die Presse er Jo Oh, achso. Und weißt du, wenn ich jetzt aber nicht zur Brücke möchte? Na, dann bleiben wir zu stehen. Das ganze Game über. Oh, hier sind Medikids, Tommy. Ich hab's ja fast vermisst. Ja, man hat ja so wenig. So. Munition brauchen wir immer. Ohne geht's einfach nicht. Ich hab die Munition auf den Tisch fast gar nicht wahrgenommen. Ich hab extra mit... Stase. Nee, mit diesem Chinesemodul wollte ich das mir ranholen, aber... Stase. Da wüscht man das denn wieder nicht. Hier kannst du noch was rausholen. Jo, hier auch. Okay, gut. So. Genau, wie wir beide gleich... Naja, man muss schon mal was... Wagen. Nachgucken. Vielleicht finden wir hier noch was. Oh, Munition. Oh, Munition. Oh, ein komisches Artefakt. Ich bin voll mit Munition. Ich hab... Ich hab... Ich hab'n Textlock gefunden. War eigentlich letztes Mal ein Artefakt? Ja, das hab' ich schon mitgenommen. Achso. Wurde mir gar nicht angezeigt. Ich hoffe, du hast bei deinem letzten... Äh... Bei deinem letzten Text nicht vergessen, äh... Unterzuscrollen. Genau. Hab' ich gemacht. Ich bin schlau. Was ist eigentlich, wenn ich die Scheiben hier einschieße? Ja. Dann passiert nichts, weil es... Waren... Panzersicheres... Kugelsicheres. Ja, ein... Panzersicheres. Also könnt ihr jetzt ein Panzer dann versuchen durchzufahren. Ne, durchzuschießen. Ne, ist ja... Ne, meine Kanonen sind besser. Eben. So. Sieht irgendwie voll geil aus. Na, warte mal noch 500 Jahre, dann können wir durch. Schön, wie ich grad gebeamt wurde, nur weil du die Tür aufgemacht hast. Ne, ich warte halt gern auf dich an der Tür. Tachy sagt, hier bin ich. Standlight ist zum D-Shop. Okay, Leute, wir fliegen blind rein. Bleiben Sie strikt auf Ausgangsvektor. Hätten wir jetzt 5 Sekunden gewartet? D-Shop. Wenn wir da gewesen wären. D-Shop. 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 Ich seh's. D-Shop. D-Shop. Himmel. Da kommt eigentlich eine geile Idee in dem Minenfeld raus. So, schnell! Ja, wie spinn jetzt? Irgendwas müssen wir ja machen. Nicht so viel Husten, Laufen. Ja, ich bin schon dabei. Ich nehme ja so ein Medikus. Wozu? Sinnlos. Kann ich auch nicht. Ich sterb hier fast. Nein, nein. Wir beamen uns ja gleich wieder. Jetzt muss ich die Tür. Ich bin dahinter hinter der Tür. Ich warte auf dich. Okay. Ja. 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 Ja, der wird auch nicht alt. Ja. 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 Du bist gestorben, gloryst. Na ja. Aber das war mir ja klar. Du kennst ja meine Skills dabei. Steuern Sie in meine Richtung! Ich kann sie fast erreichen! Hä? Ja. Das war ich jetzt. booth bist du gestorben. Ja. Aber woran bin ich denn ganz gestorben? Ja. Du warst so weit hinter mir. Das ist einfach nicht so krass. Ihr könnt mich stoful되는. Ja. ich kann sie fast erreichen was ist denn die Händchen? ich find's jetzt so lustig also jetzt bist du grad irgendwo gegen das Lohde Scheiße war der Typ wieder knapp ey wo sind sie? nein wozu? verspart ihr deine Munition ja aber genau deswegen sterben wir die ganze Zeit man weil du immer irgendwie heiß Miene rein bist das war's schon wieder du ja ich bin zwar geplatzt aber ich bin eindeutig ausgewichtigt kannst du dir gerne nochmal ein Video angucken du guck mir doch nicht deine Videos an bist du verrückt steuern sie in meine Richtung ich kann sie fast erreichen Miene zu Miene ich find's richtig schön lustig diesmal war ich nicht ganz so ein Fail Shit wo sind sie? ich komme ich bin in der Ecke Hilfe Boah wir müssen's ja spannend machen oah ey du bist doch nur gegen mich geflogen oder? ne ich hab auch ne Miene mitgenommen aber die Miene explodieren nicht wenn sie dieses hässliche Schiff rammen oder erst überspät aber wenn du ein hässlicher Mensch dagegen fliegt na dann nö du bist ja wieder faszinierig echt oben gegen die Miene passen fliege Groß Minen Na ja, das kann ja was werden hier... 20 Minuten lang verhehlen... Was willst du machen? Die Aufnahmepause, weil du gesagt hast 20 Minuten. Ja, machen wir jetzt einfach. Jo, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal bei dem Shit hier. Geil für ein Abenteuer.